Wie ist es gewendet, wenn man ein jüdisch-linguist, wie man es hat? Wir haben alle mal getragen wegen der Sprache. Wir haben alle getragen wegen der Sprache. Für die Juden gab es den Film, The Footnote. Es gab eine Szene in dem Film, wenn ich habe gesehen, die Szene, haben sich die Horme gestellt auf dem Leib. I got goosebumps. Es gab eine Szene, was ich habe mit mir gemacht. Was ist es gewesen? Es ist ein bisschen komisch. In der Elementarschule hat jeder... Es geht einfach zu sagen, wo ist die Mann-Tate. Wo ist die Mann-Tate. Mann-Tate ist gewesen an Philologen. Er hat sich stolziert mit dem. Er ist gewesen an Jüdisch-Lehrer, an Jüdisch-Professor, an Philologen. In der Szene, in dem Film, es ist mir nicht gewesen, dass ich dieselbe Werte. Ich habe nicht gewusst, was ein Philolog ist. Ich habe nicht gewusst, dass du ein Englisch-Wort philologisch bist. Und ich habe nicht gewusst, was ein Philolog ist. Und ich habe nicht gewusst, was zu sagen wegen ihm. Und zum Beispiel habe ich gesagt, er ist eine Lehre. Ein Jüdisch-Lehrer, das habe ich gesagt. Es ist die Mann-Tate ist dieselbe Szene. Eine Sache wegen unser Heim. Er ist nicht gewusst in einer Konzentrati-Lage. Danke Gott. Aber er ist ja oft in der Scheres-A-Pleiter. Er ist gewusst in einem Polen, der Sprüche ist gelaufen nach hinten und nachher. Er hat sich nicht gewusst in einem Leben. Er hat keine Sache gehört wegen dem. Er hat nicht gehört wegen dem. Er ist nicht gewusst, wie er ist. Er ist in einem solchen Heim. Er ist ein akademisches Heim. Er war in diesem Heim. Und in diesem Heim waren es. Z.B. Kinder von der Scheres-A-Pleiteren. Er hat die Mama überlebt. Er war in der anderen Seite. Und ich habe mir gefühlt, dass mein Haus anders ist. Zum Teil ist es gewesen, weil meine Mama ist ein Amerikaner, geboren geworden in Amerika. Sie hat sich gegeben dem Amerikaner Team zu in seinem Leben. Vielleicht ist es gewesen zu sein in einer Heimfinale in Christ. Es ist gewesen sehr anders. Ich habe mich gerade jüdisch. Ich habe mich gerade jüdisch. Aber es ist gewesen sehr an andere in meinem Heim. Es ist nicht gewesen. Meine Mama sind nicht Volksmenschen. Sie sind intelligent. Ich habe das nicht geschätzt bis zwei Jahre später. Als ich zwölf Jahre alt bin, habe ich mich gefragt, willst du mir helfen mit meiner Arbeit? Ja, warte. Und dann habe ich mich gerade mit dem Zuhl. Weil ich es auch nicht aufsuchen. Wo ist es gewesen der Arbeit? Meine Tate fängt jeden Tag, jede Woche, in sämtliche jüdische Zeitungen, in den Journalen. Und wie ein Philolog, vielleicht hinterher sprechen alle Werte, die in ihm gewesen sind, interessant. Sie ist gewesen eine Variante von Werte, die wir kennen. Sie ist gewesen an den Dialekt. Sie ist gewesen, du siehst, sie ist gewesen. Wo ist es gewesen sprachig interessant? Wo ist es gewesen sprachig interessant? Wo ist er hintergestrichen und in der Wege liegt in der Saat? Und der Barg ist gewachsen und gewachsen und gewachsen und gewachsen. Bis die Mama hat ihm geheißen, als er mich aufreinigt mit dem Esstisch. Ich fliege mir sitzen. Dachte ich, dass ich siebeze Nacht, so bekomme ich keine Tate. Und schneiden. Aus schneiden. Die kleine Auszüge. Verschrauben von welchen Zeitungen. Das erwarte Bibliografische Information. Und anlegen in der Karte. Und das ist gewähnt, die Aktivität. Was ich fliegt hier mit meinen Taten. Und das ist gewähnt, der Unheb von zähnlichen Juden mit Arbeit, mit den Taten. Ich habe ihm geholfen zu redaktieren. Ich habe ihm geholfen mit Jitsch 2. Und mit verschiedenen anderen Büchern. Ich habe das ganze Büch auf dem Computer gewortiert. Und er hat ungefähr einen englischen Jitsch-Werte-Büch. Was er nicht erendet. Und ich arbeite schon auf dem. Oh, 15 Jahre lang. Die Aktivität muss ich heimlich gespielt werden mit meinen Taten. Das ist nicht gemeenteel von unserem Spruch. Und mit meiner Mama nicht. Ich habe gespielt mit meiner Schwesterbrede. Es ist ein Gottesmann. Ein David Fischmann. Und Avram Hoffmann. Sie haben gewohnt in einer anderen Gegend. Aber wir fliegen sie auch echt sehen. Wir fliegen sie an der Gruppe, die sich heissen Engelbänge. Was hast du mal gehört von Engelbänge? In einer Kindergruppe. Der Vorgeher von Pripecik. Und wir fliegen jeden Schabes. Man hat Taten fliegen sie. Im Park. Im Cortland Park. Was wir haben. Es ist eine Schamgewein. Die Gimannai im Numen Engelbänge-Land. Und ja, es ist gewein sehr anders. Es ist wieder andere, jüdisch lebendige Kinder. Sopersorar. Another. Das ist gut. Alles klar. G именно das wie mit den Seinen hidrudens STEVEF-B zat? Da w a 싫ensterüyor ist es richtig dort. Du bist vert participate. Es ist böseer habe dann die Infos. Vielen Dank.